Konnichiwa Leute, mein Name ist Akito und willkommen zurück zu Anfänger Mario. Ich habe einen Heimund. Ihr wisst ja schon wie das ist. Frustration, Wut, das jubisch halt. Und ich habe das Spiel überhaupt nicht vermisst. Ich verstehe das gerade überhaupt nicht. Das sind Spikes. Merken Akito, merken. Da auch. Die Spiele... Ah! Oh, nice try, Spike. Nein, wir springen noch drüber. Wo sind da noch welche Spikes? Im Gewicht sind welche. Darum, das sind auch welche. Wut, Akito, jemals. Nein, bitte nicht. Kann ich dich berühren? Hallo, Freund. Wie geht's dir? Kommst du in Frieden? Oder bist du ein Feind? Das möchte ich umarmen. Oh, 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 oh. Oh. Fuck. Direkt in meinen Anus. Ich spiele schon seit... wie lange? Keine Ahnung. Ich glaube, für mich sind es gerade fünf Minuten. Und ich... Nice. Nein! Ah, 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 ah. Sollte ein Spiel Spaß machen. Ja. Ist das ein Spiel? Nein, es ist ein Erfolg. Fuck. Seht ihr? Schlimmste Tortur, die ich... erleben... muss... Mann! Oh. Ich muss das fahrende Ding, oder? Das fahrende Ding muss klappen. Hopp. Schöner Versuch. Aber... Ich... bin doch kein... Ich habe ein Zentimeter, wo ich stehen kann. Ein Zentimeter... Ich habe ihn nicht... Diese Hitboxen, Mann. Diese Hitboxen, die müssen echt mal... gefixt werden. Please update. Ah. Holy fuck, oh. It's a dinosaur. Jesus Christ, what the fuck? Oh my fucking God. Jesus Christ, what the fuck? Ich bin jetzt schon zum Immersaurier, tut mir leid. Hey! Ich sterbe wieder. Einfach, weil es saubbehinderteres Spiel ist. Und auf das Seilbegarten. Schönes Seilbegarten habe ich. Schönes Seilbegarten habe ich. Yo. Ich will weiter. Hey! Was? Was? Okay. Was? Bin ich gerade einfach durch den Boden gefallen? Ich bin schon fast am Ziel. Okay. Okay. Spring. 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 Jo. 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 Nächstes Level. Okay, ich mein Ziel ist es nur, in dieser Folge zwei Levels zu zeigen. Zwei. Ich bin schon knapp 450 Mal gestorben. Vierhundertfünfzig. Ich schaff das jetzt. Fuck die Schiit. Yes. Fuck die Schiit. Ja. Ja. So Leute, das war an für Mario. Ich hoffe es hat euch gefallen und lasst mir noch einen Like da, wenn es super war. Jedenfalls hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal. Und bis dahin sag ich mal, bis dahin eure Leute und bis dann. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.